Eine meiner Passionen ist, hinauszugehen in der Natur, Hege und Pflege des Wildes. Das Füttern ist eine wirklich schöne Herausforderung, die ich sehr, sehr gerne erfülle. Nachdem ich meinen Hörsturz hatte, bekam ich ein ganz seltsames Rauschen an meinem linken Ohr. Das führte dann dazu, dass es auch nicht aufhörte. Was ich am meisten vermisst hatte, als ich noch kein Hörgerät getragen habe, war, dass ich das Knirschen des Schnees nicht mehr hören konnte und auch das Zwitschern der Vögel nicht mehr wahrnehmen durfte. Es fühlte sich gedämpft an. Ich höre wesentlich besser, als ich jemals angenommen hätte, noch einmal hören zu können. Es ist eine dermaßen hilfreiche Unterstützung, die noch dazu so dezent ist, wie keinem auffällt, aber mir eine ganz neue Lebensperspektive bringt. Mein Name ist Peter Riedl und das liebste Geräusch ist für mich das Knallen eines Sektkorkens. Das war's für mich das Knallen eines Sektkorkens.